so wie es kommen wird ich bin und falls ihr Bock habt dass ich vielleicht auch wir haben müssen von dem die jetzt hier mal zeige aber nur ein bisschen zeigen schreibt es dann mal entweder in den Kommentaren oder schreibt mich an so der kleine zwerg auch noch ein bisschen was ja das zwerg auch noch ein bisschen warum warum musste ich gereicht ich habe auch nicht gewartet ja ich will zu düell machen oder naja wo man zum nahkampf gemacht mhm 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 warum nicht na komm ruf jetzt mal Fahrzeug gib Gas naja gib Gas ja ich kenne mich dann ja sicher ja wie viele alte meine Fritz was das denn der beste du dufde immer ja sicher in der Luft ne ja klar ja klar da kannst du einfach nur drüber fahren das ist kein loch ach scheiße hier oh ne sollen wir einfach durchwaschen das geht nicht da kommt oh oder ein geborener Psychophonik ich meine dahinter ja das ist dahinter liegt aber diese ok los da gibt er mich jetzt ein paar das gibt nämlich jetzt ein paar gegner können ich habe einen hochgezogen der zielton typen zu sich hin macht sich halt die typen ein bisschen hin wo die Piste ist geil mal durch die vorsche habe ich auch meinen Schuppern eigentlichen auch ne gut oh ne geile Piste der Firehawk muss hier irgendwo sein sei aus dem Hut außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Firehawk ach so ich sag grad hier kommt grad gegen die Irons dann du seltsam der Bloodshot Banditenclench scheint das Verstock des Firehawks anzugreifen vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen die sollten dich zum Firehawk führen oder du folgst einfach dem Schrein also ich bin ja eher für die Schrein das ist eine Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk soweit meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen und soweit ich noch weiß ist das hier unerfbare Toilette da kriegst du aber nur eine Mission auf Akku ist er wird es ist sie naja und nicht er wusste Frau Gart und das gab der Abstand zu Hause ich hab mich auf dem weil ich es mir an der Goliath Goliath er bei der dem einfach mal die Fressen weg ich ja Nein du hast auch jetzt habe ich es auch so gemacht es ist so gut Scheiße wir müssen die anderen Typen angreifen genau aber das kriegt er wieder voll jetzt ist es scheißegal damit haben wir ja auch zu tun und dann sehen wir mal hier die anderen einen schönen Goliath-Fight also ich bin nicht so nah am Stück der stirbt hat gesagt was ja er kam 3 zwei solcher geboren und einen so normal da wir auch mal ich liebe die Schotkan die mir gegeben hat das ist nice den von mir das ist nicht mehr ja jetzt sind sie da vorne ey die Schotkan ist geil die mir gegeben hat unterhalten mit anfangen nötig ey die sich die Mieze ja der ist noch eine Wache ah hi Goliath weil haben wir ja auch mal den Chill weg ich glaube ich habe ja und ist auch noch einer ja ich habe dann die Passen weggeballert ah da ist so ein Zwerg der geht immer auf die Goliath-Frau ja das gefällt mir ja total den 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 fern und Zwerg lol die sind aber der schon tot die kriegen Besuch die das ist das ist ein das ist das ist das ist das ist das ist das ist mehr zu machen das so die Welt wo vor mir jetzt hat leckte eine schöne schock an die nacht beim nachland explodiert mit wie viel der märz wird in den mann 6 mal 6 100 bei 600 jahr sicher 600 kommt zur leck oder das wird jetzt zum rasen ja jetzt haben wir zwei gemacht aus welches goliath weiter er ist cool ja er ist ja ich sehe den reiser oben drauf ja sicher der tut er geschlagen ist er ich hätte den typen hat nur mal hoch und wir leben ja so könnt ihr auch um an den du hast ich warte ja ich bin das das ist noch zu retten wo er hat gekillt bad ass wieder ein bad ass rasen komm hier aufs sache hier ist die kiste aber noch nicht öffnen bad ass nee oder wow da ist der normale alter wie viele da unten hocken hast du noch granaten ich zieh erstmal einen hoch da wohnt uns ist auch noch was oder? ja da ist ein goliath ja da ist ein goliath da ist halt dann die presse weggefallen eh oder eh oder eh oder ist aber nicht so schlimm ich hab nur mal gedacht ich hab noch einmal noch nichts rausgenommen also wir nehmen auch nichts raus ja schau ja schau das ist ja nicht erst an ne das für mich ein mod das gefällt doch habe ich halt jetzt drin wenn der länge gedrückt hast ja ja habe ich drin jetzt ja ich habe ich 2,0 anstatt 1,8 jetzt das haben wir doch ja nicht nur die ja auch zwei kugeln oder ja so schnell wie möglich ja es ist ungewöhnlich dass die waffenkiste ja und hier ist ein kamersymbol das fehlte mir doch nicht als die hier schon ich weiß auf dem vergleichen irgendwo gibt es eine abbiegung nach rechts und nene zenturius ist bei der rand einer was sagt denn die witz netz in studio geht weg ähm geht weg nehmt ihr ihn das ist ja nichts mehr die haben mich angewicht ich hasse es wenn die einen anwechseln äh da das hätten so ein super bär der ist oder was habe ich da gewesen die die kämpfe die kämpfe sind ja noch leicht war ja die haben schon die ja haben doch gelesen super bär des psychokrieg naja was hat für gegner sind äh es ist sehr warm aber macht macht auch dementsprechend dann auch wann besser als so leichte gegner boah boah auf jeden drei und schüttens weg auch dort kurz die sind mich darauf schon wieder nix super�� PERFNER separating ... ich habe ihm böse gegeben den erst mal oben lassen vielleicht bist du so eine also meines besser braucht kein auch kein schwein die piste sind geil die wir bekommen haben ja ich finde meine richtig weiß was haben wir denn hier in schweißen dann joggen wir mal weiter und nehmen der kraft der war der kohle ein komischer von dem jawohl jetzt gibt es auf die schnauze von dem goliath alter bad ist goliath ich aber der hält ja gar nicht auf der welt als so hier ja korrosion und schweig hallo korrosion und feuer war auch so an der kommt dann war ich um noch zwei oder gleich zwei dieser super zeichnung die schöpfen wahrscheinlich ja jetzt mal ich hier von rechts runter gedammt oder ja zweit hier erstmal so normaler halt einer einer reich mir auch schon ehrlich ich kann auf das rohr und geschützt das lieber ok kurzer recht war das bei mir er aber auch da kommt noch einer ja ich möchte nicht mehr ja ich auch nicht aua da mal drei jahre bekommen und kohlen ich hätte die damit runter macht jetzt kein absprung weil alles gerade auf was ich hab da jetzt aber ich habe dir auch dabei geholfen meine waffen sind auch alle lebt gerade ja die ganzen waffen am anfang wenn du tot bist was tut bis erstmal leerballern so vor der Checkpunkt äh weißt du was ich glaub hier machen wir mal ein Cut ganz arschig wir sind jetzt mal arschig und machen hier ein Cut oh ja das müssen wir machen ok dann lassen wir den erstmal so nennbar waren äh wir sind jetzt mal richtig arschig und machen hier einfach mal einen Cut und sehen uns dann wieder ne in der nächsten Folge haut rein Jungs ciao 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 ciao